Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Unifil-Mandat gehört nicht zu den großen medienwirksamen Einsätzen wie Atalanta, KFOR oder der Einsatz gegen Daesh. Und doch ist davon großer Bedeutung für die Stabilität in der Region. Und 131 deutsche Soldatinnen und Soldaten sind jetzt auch nicht Symbol deutscher Großmachtfantasien, genauso wenig wie eine Korvette Erfurt Symbol thüringischer Großmachtfantasien sind oder so, sondern Unifil ist im Grunde die Geschichte von engen freundschaftlichen Beziehungen. Unifil setzt ein Zeichen in Düsternis und Zerstörung, in Krieg und Elend, die den Nahen Osten heute wieder prägen. Die Mission kann uns ein klein wenig Hoffnung geben, weil sie zeigt, wie durch geduldige praktische Zusammenarbeit über Jahre Kompetenzen und Sicherheit aufgebaut werden können und wie damit zugleich Vertrauen und Freundschaft wachsen. Die Operation Unifil ist zum einen eine erfolgreiche Friedensmission. Sie dient der Begleitung der Waffenruhe zwischen Libanon und Israel, unterstützt die libanesische Regierung bei der Grenzsicherung und hilft beim Kampf gegen den Waffenschmuggel. Die Weltgemeinschaft kann diese Aufgabe nicht dauerhaft übernehmen. Unser deutscher Beitrag fokussiert daher zu Recht auch auf die Ausbildung. Wir wollen mithelfen, die Fähigkeiten der libanesischen Marine so auszubauen, dass sie künftig in der Lage sein werden, Küste- und Territorialgewässer selbstständig zu überwachen. Die libanesische Marine wird zunehmend in die Aufgaben des Internationalen Flottenverbandes integriert und lernt so praktisch die Herausforderungen später selbst zu meistern. Unifil war durchaus erfolgreich, gerade was den Waffenschmuggel angeht. Aber auch Aufbau und Training der libanesischen Marine verlangen aber einen längeren Art. Wir wollen kein Strohfeuer, sondern nachhaltige Erfolge. Mit dem künftigen Eigenschutz der libanesischen Küste werden die ausgebildeten Soldaten einen Beitrag zur Stabilität in der Region und damit auch zu ihrer eigenen Sicherheit leisten. Die Unifilpräsenz ist weiterhin einer der Sicherheits- und Stabilitätsfaktoren, der deeskalierend wirkt. Auch die Streitkräfte sind ein beruhigendes, die Nation insgesamt verkörperndes Element. Sie werden in der Bevölkerung als professionell, integer und überkonfessionell wahrgenommen. Wenn wir ihnen weiterhelfend zur Seite stehen, können sie eine positive Rolle in einem künftigen Libanon spielen. Einem Libanon, der sich selbst entscheidet, der nicht zum Spielball der rivalisierenden Mächte in der Region ist. Wie helfen wir darüber hinaus? Die Beteiligung am Flottenverband ist, wie bei praktisch allen unseren Mandaten, nur Teil eines umfassenden Engagements für Libanon und die gesamte Region. Deutschland hilft dem Libanon bei der Verbesserung der Flüchtlingssituation, bei der kommunalen Infrastruktur, beim HRI-Tribunal und bei der Grenzsicherung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser deutscher Beitrag im Rahmen von Unifil zeichnet sich durch so ein einleuchtendes Konzept aus, das unmittelbaren Nutzen bringt. Die konsequente, verlässliche Verfolgung von wertvollen Zielen ist in unserer kurzlebigen Zeit nichts Selbstverständliches. Wir stehen zum Libanon und seinen Streitkräften. Das wissen unsere libanesischen Freunde zu schätzen. Lassen Sie mich abschließend aber auf eines hinweisen. Die deutsche Marine ist zurzeit in einer ganzen Reihe von Einsätzen gefordert. Sie operiert an der Belastungsgrenze. Es ist daher richtig, dass wir in der Koalition bei Haushalt, Personal und auch Investitionen in der Bundeswehr umgesteuert haben. Im Einzelnen müssen wir sehen, ob das Praktische wirklich ausreicht. Für Deutschland als Handelsnation ist klar, eine schlagkräftige und weltweit einsetzbare Marine bleibt von essentieller Bedeutung. Herzlichen Dank.